Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Und wir geben uns erstmal zur nächsten Mission, schätze ich mal. Oder zum Zauberunterricht. Ich sollte mal die roten Steine am besten anmachen. So. Und dann runter. Und noch weiter runter. Und noch ganz links, das sieht nach Zauberunterricht aus. Oder auch nicht. Ne, doch nicht. Oder doch. Wenn man nun nicht so blind wäre wie ich. Bei Professor Moody. Moody. Endlich der Zauber. Okay, wir haben jetzt den Zauber gelernt. Oder wir sind halt gerade dabei, den zu leeren, meine ich. Also ich muss... Den Wichtel umbringen. So, eins von sieben. Zählt der nicht, oder? Hm. Na egal. So, da haben wir einen. So, da haben wir einen. Das gilt. Harry schießt aber auch die ganze Zeit irgendwie mit Absicht Professor Moody ab. Kommt mir so vor. Ah, da ist noch einer. Und wo ist der letzte? Habe ich den übersehen? Ah ja, habe ich den. Da ist er. Reducto freigeschaltet. Somit haben wir jetzt alle Zauber gelernt. Die man in diesem Spiel lernen kann. 73 von 200 Goldstein haben wir hiermit. Und dann gehen wir jetzt, denke ich mal, zur nächsten Mission. Ja, dort oben rechts dann. Und na... Aha, jetzt. Jetzt kann man ja auch endlich das hier machen. Nein, nicht den. Ja, das hier. Drei von drei. Und wir kriegen... Madame... Eins. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, und die letzte Fackel, die sich hier hinten befindet. Nein. Nee, geh weg. So. Und wir kriegen... Doris... Äh... Doris... Äh... Doris... Crockford. Ich weiß gar nicht, warum ich das eben nicht aussprechen konnte. So, geht ihm aus dem Weg. Ist die nächste Mission bei Hagrid... Äh, warum kann ich nicht mehr reden? Ist die nächste Mission bei Hagrid irgendwo? Ich weiß nicht mehr, was die nächste Mission gerade ist. Äh, nee, dort unten im Zelt. Ah, ist das... Ist das das... Der Kampf gegen den Drachen? Ich glaube, ja. Wir gehen mal rein. Ja, genau der... Kampf ist es. Dann mal gucken, ob ich das hinkriege. Sollte ich aber. Oh, da war Geld. 2000er Stats. Das ist ein Charakter. Bin ich nicht ganz so. Das sieht aus wie Cedric. Cedric, Drachenaufgabe. Aua. Hat er mich getroffen. Aua, hier brennt's. Was ich zu spät gesehen hab. So, irgendwie muss ich hier weiterkommen. Hattest du hier mal was draufschießen? Das bringt irgendwie nichts. Ich muss diese ganzen... Aua, aua, aua. Ach, manno. Vielleicht muss er das hier in der Mitte mal zerstören. Schießt da mal gegen. Oder spuckt da mal gegen. Oder so. Ah, irgendwas kann ich hier bauen. Hier vorne, irgendwo. Ich hasse das. Ein Hund. Der Hund ist tot. Wo ist denn der Drache hin? Der ist weg. Ah, okay. Da ist er wieder. Und ich darf einen Trank braun. Wo ist denn der Kessel? Die Mine nimmt Blut. Obwohl. Vergiss es. Hier können wir ein Skelett bauen. Und hier baue ich den Kessel. Da fehlt aber noch eine Zutat. Wir müssen ja ganz offensichtlich den Stärketrank braun. Wobei. Der ging den Stärketrank braun. Aua. Heiß. Jetzt fehlt nur noch der Arm. Und der... ...ist hier. Den habe ich auch schon wieder übersehen. Der ist wahrscheinlich da vom Skelett, das... ...die ich da eben gebaut habe. So, dann... ...wissen wir da jetzt nur noch rechtzeitig hochkommen. Ja, komm. Geh nach oben. Und wir ziehen mal dran. Was passiert jetzt? Äh... Ah. Äh, stopp. Ja, gut. Die Mine, was ist denn du für eine Kraft? Hat den ganzen Stein ja einfach runtergeschoben. Einfach so, als ob der nichts wiegen würde. Als ob der nicht da war. Aua. Ist dir überhaupt fest? Er hat ja ganz schön gewackelt, als die da drauf geschwungen ist. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich nicht. Naja, war knapp. Das schaffe ich nicht. Ich lasse es einfach. Jetzt aber. War eigentlich ja schon zu spät. Aber das Spiel war so nett und hat mich damit... ...und hat... ...egal. Ihr wisst, was ich meine. Dort unten sind wir gestartet. Wo wollte ich gerade hinlaufen? Aua. Ja, super. Tschüss, blaues Teil. Ah, da ist es wieder. Und wird direkt betroffen. So, rot soll dorthin. Grün soll dorthin. Grün soll dorthin, sagte ich. Geht das Grün jetzt mal dorthin? Ne, tut sich nichts mehr. Toll. Steckt fest. Blau muss dort drauf. Hä? Ja, super. Schon wieder einfach weg. Ach, nö. Nein, das Bruttoll da bleiben. Das Grüne brauche ich. Und... Komm, 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 komm. Ach, ich hasse das Grüne hier. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Na, endlich. Und das hat sogar ein Hauswaffen gegeben. Und wir sind oben. Gut. Okay, das war's noch nicht. Es geht noch weiter. Okay, wir müssen rennen. Wir müssen Miene rennen. Ich schieße einfach mal alles an. Es gibt viel Geld. Das treffe ich noch. Oder ihr macht es einfach für mich kaputt. Das geht auch. Aber ich bin tot. Das ist ein Tausender. Und das ist ein Charakter. Ich lese euch später vor. Okay. Hier ist es doch viel Geld. Okay, wahre Abenteurer. Ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Lass ihn raus warten. Was krieg ich? Ist viel in Gefahr. Der wurde irgendwie gerettet. Und jetzt vielleicht stirbt er. Eigentlich ist er schon längst tot. Level abgeschlossen. Ein freies Spiel freiges Spiel freigeschaltet. Dich, 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 dich. Cedric, Drachenaufgabe. Flirt, Drachenaufgabe. Hauswappen haben wir. Zwei Stück. Wahre Abenteurer. Äh, 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 wahre Zauberer. Ist geschafft. Schilean Gefahr ist gerettet. Und somit haben wir jetzt zwei neue goldene Steine. Drei neue goldene Steine. Insgesamt jetzt 76. Geschichte fortsetzend. Okay, ähm, das war ein relativ kurzes Level. Trotzdem beende ich jetzt erst mal den Part. Dann würde ich jetzt erst mal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.